Take it back to the S So, weiter, komm Wir müssen jetzt wohin? Ich denke mal drüber, ne? Also nach den... Hier runter Da hat einer Spaß Hier runter Oh Gott Da ist gerade einer hinterher Das ist alles, ich glaube so Hey, warte, warte, ich will noch ein Auto Alter, da kommt ein Riddler Ein Riddler Wie kommst du denn auf den Namen? Was weiß ich, diese sneaky Dinger, die mit dem Kapuzenpulli auf und drauf spielen, als ob sie von dem Emo benutzen kommen Riddler Oh, nee, na? Oh, jetzt muss ich nachhaken Ja, Gun hat Spaß So, erstmal weggeschleudert Sag mal so, ne? Mit zwei HP Da hast du das ja richtig weggeschubst Machst du denn Panda hier mit den ganzen Leuten? Machst du Gangbang oder was? Jaaa, ich zeig ihm mein wunderschönes Fell im Dunkeln Was hast du mit deinem Fell? Ich hab mein Fell gezeigt, im Dunkeln Alles klar, gut, dass man das auch sieht Ah, hier gibt's, warte mal, hier gibt's doch bestimmt eben was So, weiter, 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 weiter Wir haben nämlich keine Millikids mehr Ja, Sack, der die ganze Zeit im Hintergrund hier Schweine schlachtet Ich mach doch nix, ja, ich mach doch nix, schrrr Ich geh einfach mal Ist das die Witch? Ne, ich dachte schon was Richtig, so wurde aber gesagt Licht aus Nö Das ist nicht die Witch, das ist Dumbledore Oh, da hättest du, da hättest du, da hättest du hinter uns Okay, das war meine letzte Brandmunition, vielen Dank Ja, ich hab Katana, alles gut Ein HP, Katana Hä? Der Katana-Meister Ein Schlag und ich war unten, Alter, was war das denn? Oh, ich bin grau Oh, nice Kakashi Oh, oh Äh, hüppe, hüppe, hüppe Geh nicht auf so'n Zeug Aber mit Ankündigung Okay, schnell weiter Musst mal was auskotzen Werden wir jemals lebend rauskommen? Das ist noch ein Splitter Ein Splitter vor allem Ein Switter? Hab ihn Ein Switter Er verteilt sich gerade auf Wetter Alter, Rainer, kein Mut Das ist doch nicht Rainer Ah Das ist sein Sohn, Jumbo-Schreiner Jumbo-Schreiner Passt weg, der Schrei-Haffee Boah, hier kommen noch mehr Oh, jetzt bin ich aber ziemlich im Arsch Ich hab grau jetzt Grauen Status Grauen Star hab ich gerade Wir haben ganz viel Spaß mit Zombies Ich hab keine Munition mehr für meine große Waffe Wie, du hast keine Munition Ja, weil ich so gut bin Panda, kannst du mir deinen Shot geben kurz? Was soll ich dir geben? Deinen Shot Achso Nice, Alter, ich brauch mal ein bisschen Drogen wieder Ja Was haben ein Papagei und ein Schwuler gemeinsam? Ein Papa und was? So, dann kann man hier nochmal hoch? Ein Papagei und ein Schwuler Boah Ich hab's immer noch nicht verstanden Ein Papagei und ein Schwuler Ja Das haben die gemeinsam Das ist mir gerade eingefallen, weil da sowas stand Wow Nein, nein, mach das weg, mach das weg Und jetzt hab ich irgendwie die Pointe vergessen Scheiße Hinter dir Panda Oh, scheiße Hunter oder ein Panda? Panda Hinter dir Panda Mit dir Panda, ein Hunter hinter dir Hunter, ein Panda hinter dir Scheiße Ich bin tot Ach ja Wir holen dich wieder, komm bitte Du kannst jetzt ja die Off-Stimmung machen Die kommentiert Also D4 hat keiner, ne? Alter Oh, da oben Ich hab keine Hunde Der ist nicht zu sehen Ganz knapp nur jetzt, jawohl, super Boah, danke schön, ey Ey, der ist aber noch nicht tot, ne? Ne, ne, er ist nicht tot, ich hab nur der Ja, wo müssen wir hin? Wir müssen weiter hier Ich will aber kein Tankpuster spielen Hinter Space, hinter Space müsst ihr weiter Hinter Space immer ist der Eingang, ausgut Wartet kurz Da ist doch keiner Doch War ein bisschen unnötig Jetzt kommen die nächsten hier Aber wenn ich die hier werfe, dann drin irgendwo rein So kann ich sie in meinen Werfen Oh, Entschuldigung Ich komm nicht, ich steck fest Du hast die Katana, benutzt die Katana, wenn die Leute Komm, Space, komm Du bist tot, wir kommen nicht mehr durch Scheiße, egal, mach das ohne mich, sag meinem Kind doch Komm nicht durch Ne, wir kommen nicht mehr hoch Doch, ihr könnt euch pushen, wenn ihr gegen die Waffe Nee, ich lebe, ich lebe Ey, guck mal, kannst du über mich springen? Geh mal auf die Knie, geh mal auf die Knie Ey, hab ich schon versucht, geht nicht Ich lebe Ja, doch einfach, mir Rochelle mal rüber, Mensch Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels Machst du vor allem, vor allem? Er hatte echt ne Beziehung noch für dich aufgebaut, ne, mit dir Es war schön mit euch Ähm Ja, geh sterben Ja Hast du hier schon mal im Raum geguckt? Hier, lass mal noch gucken, hier Ob noch... Hier ist die Katana, wenn du willst Woll dir das gerne? Ach man Ja, ich nehm's Die Hoffnung der Menschheit liegt auf eurem Schultern Ey, Space Simbas Freundin Äh, Hilfe, 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 los Danke Space Simbas Freundin Ach shit Hier auch noch, super Das war deine Ex, Alter Warum kann ich das nicht nehmen? Die trennt sich nicht mehr Vielleicht haben wir Klücken, können sie gleich nochmal holen Im Raum Ja, aber wir kommen da nicht zurück Alter Ich will euch ja keinen Druck machen, aber die Hoffnung der Menschheit liegt jetzt auf eurem Schultern Links von dem Panda Hinter uns Ja, ja, Gunnar zur Not noch, äh, den Ding Geh mal hier in den Raum Irgendwas kommt auf euch zu, irgendwas kommt auf euch zu, ich hab's gerade gehört Ah, da Bumser Äh, Bumser Hier ist Moni drin Ja, hier müsste Medikits sein, oder ne? Ne, ich seh keins Währenddessen guck ich gerade mal Hier gegenüber noch Ja, guck ich auch gerade Äh, wo ist denn das? Ich glaub, das kann ich echt nicht einstellen Also ich seh nix Geh mal kurz, hier ist kein Medikit Das hilft dir beim Entspannen Denkst du? Nein, ich hab mich mittlerweile schon drei Stück übersehen Ah ja, Captioning, okay, ich hab's, ich hab's Okay, okay Aber geht schon So Wie sollen wir euch denn zurückholen? Wir müssen einen Schutzraum erreichen, dass ihr wieder dabei seid, oder? Ne, 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 ihr müsst einfach weiter Irgendwann kommen wir dann, äh Medikits Hier Der holt ne Sniper Oh, hier ist, oh, oh Oh, oh, da ist ein großer, da ist ein großer, da ist ein großer Ja, Renner, keine Lust Das ist ja automatische Schrot Ah, nee, das war ein Arm Hinter euch, hinter euch Das ist ne ganz schlechte Waffe Ach, nee, das ist gut Ich geh hin Das ist ne ganz schlechte Waffe Oh, oh Shit Ja, tschüss Oh, okay, scheiße Ne, 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 das war's noch nicht, Moment Natürlich war's das schon Klar war's das schon Wir liegen doch beide Er liegt Ja, verdammt Boah, wie viele Na, Kollegah ist einfach zu mächtig Oh Kollegah Also ich würde sagen, wir sind ganz stark dabei Was ist los? Gestern nichts besser Das war massiv Als wir ein bisschen gespielt hatten Ach, ja Ja, irgendwas, irgendwas läuft schief hier heute Brandmunition bitte nehmen Ich vertraue dem ganzen Brandmunition nicht mehr Ich lauf schief Ich hab vor dem Brand nicht Ich hab ein Hinkebein Hinkebein Joe Der ist Hinkebein Joe Keine Ahnung Hä? Nein Oh ja, da war's auch der andere zu Warum hab ich eigentlich nicht die Alter Ja genau, deswegen, deswegen Tut mir leid, du kommst genau in die Oh, wir sterben direkt wieder, Junge Junge, Junge Oh Du, weil ich bin normal im Knast Wer ist der Gitter da? Ihr bett, ich gehe direkt hinter sie Ich gehe direkt ab Vorsicht Oh mein Gott Wir kommen im Knast-Simulator Ne, ne, das ist bestimmt nicht der Knast-Simulator, ey Das ist, äh, Möbel einkaufen, Deluxe Oh, Hilfe Oh, Schleif Oh mein Gott Alter, wie viel von diesen kotzeren Omas gibt es? Hier Ich glaube, wir sollten einfach mal versuchen, wirklich ein bisschen schneller voranzukommen Ja, einfach nicht mal dieses Heiß-Simulator Ja, warte mal Wir sind ja auch genug viel langgegangen, jetzt kennen wir doch alles Oh, Hilfe Ich brauch auch gleich Hilfe, ich bin auch gleich da Ja, deswegen will ich eine Katana holen Ich bin ohne Katana hier mehr Ich schlag einfach nur noch wild um mich, ich seh nichts mehr Ich schlag einfach nur noch wild um mich, ich seh nichts mehr Ich lass dich nicht zurück Hinter dir, hinter dir Mann, 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 das klappt ja richtig gut hier Das fängt ja gut, Mann, jetzt geh mal schneller durch Ich glaub, die Schwierigkeit ist echt ein bisschen zu hoch Ne, wir müssen schneller durch Hör auf, ansonsten zu zweifeln, Junge Einfach hochgehen jetzt Erstmal heilen Oh, Witch Warte, lass mich die Witch, lass mich die Witch von hinten Hier oben, ja Ist die oben? Ja Lass mich die Witch von hinten Hör auf, oder? Hä? Das war bestimmt ne ganz schnieke Typen, naja Wieso nicht? Erstmal ernsthaft, die war bestimmt hübsch Oh, da vorne ist sie Vor wieviel Jahren, vor 30? Ne, die ist doch gar nicht so alt Die ist glaub ich als Teenie Mutter gestorben Ich bin noch nie so nah dran gegangen Hatte? Habt ihr sie? Hatte? Da liegt ne andere Jetzt liegt der andere Typ auch hier drauf So schnell geht das Was? Oh mein Gott Oh mein Gott Ja, wir haben 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 nicht oft genug Ich hab das LED gesehen Ein HP Ein HP Ein HP Ja, umso wenig Bist du so schlecht? Ich steck fest Im Ikea Tisch Oh Mann Ah, schon wieder ein Spucker Ja, ich kann da jetzt nicht runter Ich glaube Matthias ist gleich tot Ah ne doch nicht Egal Danke Jawohl Achso, ich kann mich hier heilen Ich heil mich mal eben Ja mach mal Und das Schwein hinter dir Was die ganze Zeit tot ist Und dann müssen wir weiter Nicht alleine vorgehen Ich komme noch nicht Ich komme, das stört nicht Das tut mir leid Aber richtig stört das Ich mein, die PETA wird gleich ankommen Achtung Scheiße Achtung, du stirbst Achtung, du stirbst Achtung, du stirbst Sehr gut Ah Ah Wo ist der? Da Erstmal den Matthias mit abgeschossen Ja, ich hab grad mir die Kiff geholt Achso, ja, du darfst doch nicht um die Arme von so nem Hetsack laufen Jawoll Oh mein Gott, ein Tom Riddler Oh mein Gott Look at her butt Ich kämpfe bis zum bitteren Ende Ich kämpfe bis zum bitteren Ende Ich kämpfe bis zu viel Ah, so viele Leute hier Warte Oh, jetzt aber Schnell, 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 schnell Ja, ja, ist ja cool Hä, wer macht denn? Achso Ja, ich bin doch dafür zuständig hier Hier ist es wenigstens heller Jo Heller von Sinn Deutsches grünes Kreuz Heller von Sinn Warum müssen wir nicht da räumen? Wir waren doch grad unten. Wir sind doch da durchgekommen. Wir sind hier herkommen. Wunder, ja. Was ist denn hier los? Oh ja, wir sind weg. Meins. Wir kommen weiter. Kannst du mal auffallen? Da ist was Großes. Geplatzt. Mach mal Platz. Bom. Ah nein! Oh oh. Großer hier. Rücken-Einsenker. Von hinten kommen Leute. Fahren Leute. Ja. Bist du so faul? Immer hinlegen. Wir haben doch gesagt schneller. Gibt's da. Gibt's da. Irgendeiner der spuckt und ist ja schon tot hier. Hier steht noch Molly. Mike und Molly. Hä? Guckst du das oder? Oh! Oh mich! Die Frage ist, wer tut das nicht? Ich töte dieses Vieh. Ja komm hinter mir her. Ich bin der letzte der die Treppe hochgekommen ist. Junge. Der letzte wird aufgespießt. Oh mein Gott. Scheiße. Wir dürfen nicht alle kippen. Wir dürfen nicht alle kippen. Ja gut. Soll ich eine Rohrgranate werfen? Ich kann nicht schießen auf ihn. Rohrgranate bringt gar nichts. Bloß nicht. Ist er tot? Nein, nein, nein. Er rät noch. Komm, 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 komm. Weiter, weiter. Geh nach hinten weiter. Nein! Ah, er liegt nicht. Okay, okay, weiter. Pass auf, Tommy, hinter dir. Scheiße. Nein! Jetzt liegt er. Scheiß Pfosten, ey. Ach so, er ist am Pfosten. Was machen wir? Warum knapp in Sachen nicht? Wie sollen wir das denn Leuten erklären? Er ist am Pfosten hängen geblieben. Ja.